In den letzten 20 bis 30 Jahren galt und gilt Thailand als eines der besten Länder Südostasiens, um sich zur Ruhe zu setzen, zu arbeiten und sich niederzulassen. Dies hat zu einem starken Zustrom von Ausländern in das Königreich geführt, und so haben einige Ausländer das Glück, in Thailand die wahre Liebe zu finden, was zu einer Ehe führt. Natürlich möchten die Paare in Thailand zusammenbleiben, und dafür brauchen sie ein thailändisches Heiratsvisum. Das thailändische Heiratsvisum kann beantragt werden, wenn ein Ausländer mit einem thailändischen Staatsbürger verheiratet ist. Es ist dem Nicht-Einwanderungsvisum B oder dem Nicht-B-Visum zum Arbeiten gleichgestellt, aber das thailändische Heiratsvisum ist ausschließlich für diejenigen, die eine thailändische Frau oder einen thailändischen Ehepartner haben. Dieses Visum fällt unter den Typ des Non-Emigrant-Visa-O oder Non-O. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Ehefrau oder der Ehepartner des thailändischen Staatsbürgers ein thailändisches Ehegattenvisum oder ein Visum für thailändische Ehefrauen erhalten kann. Wer kann ein thailändisches Heiratsvisum beantragen? Wie der Name des Visums schon sagt, kann das thailändische Heiratsvisum von denjenigen beantragt werden, die eine Ehe mit einem thailändischen Staatsbürger geschlossen haben. Nach der Heiratsregistrierung in Thailand kann der Ausländer ein thailändisches Heiratsvisum oder ein Nicht-Einwanderungsvisum O in der Kategorie thailändischer Ehepartner beantragen. Die Beantragung dieser Art von Visum ist recht einfach und der Prozess und die Anforderungen sind unkompliziert, aber alle Dokumente müssen beglaubigt und zertifiziert sein, bevor du ein thailändisches Heiratsvisum beantragst. Es ist ratsam, dass du dir bei der Beantragung dieses Visums juristischen Beistand holst, um Ärger und das langwierige Verfahren zu vermeiden. Hinweis Wenn du eine Ehe mit einem thailändischen Staatsbürger eingehst, erhältst du nicht automatisch das thailändische Heiratsvisum, sondern du musst es bei der Einwanderungsbehörde beantragen und die erforderlichen Unterlagen für den Visumsantrag einreichen. Außerdem musst du qualifiziert sein, damit die Einwanderungsbehörde dir das Visum erteilt. Übersicht Verfahren für das thailändische Heiratsvisum Das Verfahren für das thailändische Heiratsvisum ist recht einfach. Du kannst dieses Visum beantragen, sobald du deine Heirat mit einem thailändischen Staatsbürger registriert hast. Nachdem dir das Bezirksamt die Heiratsurkunde ausgestellt hat, kannst du den Antrag auf ein thailändisches Heiratsvisum bereitstellen. Bevor du das Heiratsvisum beantragst, musst du sicherstellen, dass dein Visum noch eine gewisse Anzahl von Tagen gültig ist. Wir empfehlen, dass dein Visum noch mindestens 15 Tage gültig ist. Vergiss nicht, dass du dein Visum in ein thailändisches Heiratsvisum umwandeln kannst, nachdem du alle erforderlichen Dokumente besorgt hast. Wenn du die Dokumente für die Heiratsregistrierung besorgt hast und dein aktuelles Visum noch eine beträchtliche Restlaufzeit hat, musst du daran denken, dass du mindestens zwei Monate vor dem Antrag auf ein thailändisches Heiratsvisum 400.000 Baht auf ein thailändisches Bankkonto eingezahlt haben musst. Oder du kannst ein monatliches Einkommen von mehr als 40.000 Baht pro Monat nachweisen. Das Verfahren ist ziemlich einfach, solange du die Anforderungen und das Verfahren für das Visum befolgst. Das erste Visum, das du erhältst, ist drei Monate gültig. Bevor es abläuft, kannst du es jedes Jahr um einen Jahr verlängern, solange du die Anforderungen des thailändischen Heiratsvisums erfüllst. Anforderungen für das thailändische Heiratsvisum 2022 Die Anforderungen für das thailändische Heiratsvisum 2022 unterscheiden sich von denen für andere Nicht-Einwanderungs-Visa. Obwohl das Verfahren für das Heiratsvisum recht einfach ist, musst du sicherstellen, dass alle Dokumente gesichert sind und du die Voraussetzungen der Einwanderungsbehörde erfüllst. Hier sind die folgenden grundlegenden Anforderungen, die du für deinen Antrag auf ein thailändisches Heiratsvisum beachten musst. Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein und zwei leere Seiten haben. Kopie deiner thailändischen Heiratsurkunde, beide Versionen Kopie des Personalausweis deiner thailändischen Frau Kopie des Tabian Bahn, Hausregisterauszug, deiner thailändischen Frau Kopie einer Karte deines Wohnsitzes in Thailand Kopie von Fotos, die dich und deine Frau zusammen zeigen Haus, Innenseite des Hauses, Familienfoto, Außenseite des Hauses Kopie deines Sparbuchs, aus dem hervorgeht, dass du mindestens drei Monate vor der Beantragung des Visums 400.000 Baht auf dein Bankkonto Eingezahlt hast oder Kopie deines Einkommens, aus dem hervorgeht, dass du 40.000 Baht pro Monat verdienst Bankbürgschaft und Kontoauszug Die Einwanderungsbehörde muss die folgenden Dokumente vorlegen, um deinen Antrag auf ein thailändisches Heiratsvisum zu prüfen Die Registrierung der Ehe mit einem thailändischen Staatsbürger ist keine Garantie dafür, dass du ein thailändisches Heiratsvisum erhältst, sondern hängt immer von den Dokumenten ab, die du wie oben beschrieben vorlegst Außerdem gilt die Nummer 6 nur für Ausländer, die eine thailändische Ehefrau haben Bitte beachte, dass die Einwanderungsbehörde dein Haus stichprobenartig überprüfen und eventuell deinen Nachbarn befragen wird, um sicherzustellen, dass eure Beziehung echt ist Voraussetzungen für ein thailändisches Heiratsvisum Gültigkeit des Aufenthalts Wenn du einen Thailänder heiratest, während du in Thailand oder im Ausland lebst, hast du Anspruch auf ein einjähriges Heiratsvisum, das wir Nonimmigrant O nennen Diese Art von Visum gilt für maximal ein Jahr und muss jedes Jahr verlängert werden Die anfängliche Aufenthaltsdauer, die du bei deinem ersten Antrag auf ein thailändisches Heiratsvisum erhältst, beträgt drei Monate, vor Ablauf dieses Zeitraums kannst du es für ein Jahr verlängern Das thailändische Heiratsvisum kann jedes Jahr verlängert werden, aber denk daran, dass du Thailand nicht verlassen musst, um das Visum zu verlängern Es kann innerhalb des Landes verlängert werden, solange du die Anforderungen der thailändischen Botschaft erfüllst Bedenke, dass du bei der Erneuerung deines Antrags immer noch die Dokumente vorlegen und die Anforderungen der Einwanderungsbehörde und des thailändischen Außenministeriums erfüllen musst Wir raten dir dringend, zwei bis drei Monate vor der Verlängerung deines thailändischen Heiratsvisums die 400.000 Baht auf deinem Bankkonto zu sichern, um zu zeigen, dass du noch in der Lage bist, deine thailändische Frau zu unterstützen Regeln für das thailändische Heiratsvisum Wichtige Hinweise 90-Tage-Meldung Inhaber eines thailändischen Nicht-Einwanderungsvisums, wie eines Bevisums, eines Visums für den Ruhestand, eines Heiratsvisums und so weiter, müssen ihre aktuelle Adresse alle 90 Tage bei einer thailändischen Einwanderungsbehörde melden Dies kann auf drei Arten geschehen Persönlich in einer thailändischen Einwanderungsbehörde Oder per Post Durch einen Bevollmächtigten, der die Vollmacht hat, deinen Status zu melden Wenn du dich an dem Tag, an dem die 90-Tage-Meldung fällig ist, nicht in Thailand aufhältst, brauchst du deinen Status nicht zu melden Die 90-Tage-Meldung beginnt am Tag deiner Wiedereinreise nach Thailand erneut Wiedereinreisegenehmigung Wenn du planst, Thailand mit einem Non-Emigrant-O-Mariage-Visa zu verlassen und wieder einzureisen, musst du zuerst eine Wiedereinreiserlaubnis beantragen, damit du dein Visum bei der Ausreise nicht verlierst Eine Wiedereinreiserlaubnis kannst du bei einer thailändischen Einwanderungsbehörde oder am internationalen Flughafen beantragen Die Gebühren betragen 1000 Baht für eine einmalige Wiedereinreise und 3800 Baht für eine mehrfache Wiedereinreisegenehmigung Wenn du wieder nach Thailand einreist, musst du die Nummer deiner Wiedereinreiserlaubnis auf deinem Einreiseformular vermerken, damit dein Visum wieder aktiviert werden kann Bei einer Scheidung, was auch vorkommt, ist Folgendes zu beachten Im Falle einer Scheidung wird dein Non-Emigrant-O-Mariage-Visa ungültig und du musst Thailand sofort verlassen In einigen Fällen kann es sein, dass du in Thailand bleiben darfst, bis dein thailändisches Ehevisum abläuft, aber du musst dich vorher bei einer thailändischen Einwanderungsbehörde erkundigen Tipps zur Einwanderung in Bangkok Ein thailändisches Non-Emigrant-O-Mariage-Visa ist für potenzielle Arbeitgeber sehr attraktiv, da es den Prozess für eine Anstellung erheblich vereinfacht, da das Unternehmen nur deine Arbeitserlaubnis beantragen muss Wenn du dein thailändisches Non-Emigrant-O-Mariage-Visa verlängern willst, musst du mindestens drei Monate vor der Verlängerung über die erforderlichen Mittel auf deinem thailändischen Bankkonto verfügen Das ist und war keine Rechtsberatung Angaben ohne Gewehr auf Vollständigkeit Gesetze, gerade in Thailand ändern sich oft und werden von Immigration zu Immigration unterschiedlich ausgelegt oder strenger angewandt Gesetze, gerade in Thailand